Das habe ich gesagt. Ja, ist okay, aber. Hallo! Ein Tits-Stream. Alli, hallo. Hallo. Alli, hallo. Seid ihr alle da? Ja! Habt ihr auch alle Pops genommen? Ja! Jetzt seid ihr alle weggegangen? Haben wir noch Peps? Dann sind wir weggegangen. Bottas hat halt einen guten Wagen. Nein, ich glaube, Bottas muss ich schon eher auf gut hinsetzen. Ich glaube, sonst reißt mir Dave den Kopf ab. Oh, du bist doch Fahrrad des Tages. Ja! Nein, ich darf nicht auf der Auflage. Oh, nein. Bist du Treppchen gewesen, oder? Nee, aber ich bin halt von 16 oder 17, weil ich vielleicht verkacken werde. Links sind zwei tot, aber Christian ist auch schon down. Ja, Christian ist down. Da war aber jetzt, glaube ich, nicht los. Christian lebt noch, der Gott. Der Gott kann nicht sterben. Kommt der von unten dann? Ja, wie, wie, der Mann so gesiesert, Junge! Yeah! Jay! Geil! Jetzt schon eine gute Runde. Wehe, ihr Aufnahmen ist im Arsch. Bin ich sauer. Gut. Das war 10 von 10! Zurückgesetzt! Das war 10 von 10! Ja, das war 10 von 10, Jay. Warum würde ich einfach... Ey! 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 Christian! Nein! Nicht Christian, der ist voll nämlich reingefahren! Achso, ja, dann halt der andere. Aber beide weg. Und sie nicht? Unfreundlich sind die Hamburger, ey. Die Hamburger? Okay. Nein! Oh Gott, war das knapp! Alter! Oh Gott! Easy! Was passiert hier? Jawohl, Junge, ich bin da durchgekommen, wenn ich easy! Du kannst jetzt das DRS verwenden. Oh shit, das war knapp, Alter! Ey! Wo, Junge, ich bin da? Ja, nein, ja, nein! Hahaha, Junge! Nein, teils! Was passiert denn da? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es... Er ist mein Vater! Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Mitbekommen mit Alka-Selza. Äh, AstraZeneca meinst du? Ah, meinte ich ja. Was hast du denn? Also, ich hab gedacht, du hast genuschelt, aber... Nee, ich bin verwirrt, Junge. Aka-Selta oder so? Ich dachte gerade, was hat das Wasser da mit Seltas? Was? Nein! Jetzt hab ich einen Rahmen in den Rahmen getan. Zum Glück kann man die wieder abbauen. Ich dachte, die Wien ist da kaputt. Schickt. Ah, Domi hat... Hat er dir wohl nicht geschickt. Nee, das hat er mir nicht geschickt. Äh, okay. So. Das hat er mir nicht geschickt. Aber ist nicht schlimm. Ich hab's auch so rausgekriegt. Ähm... Chat, ich muss hier... So, jetzt hab ich auch Chat. Hallo. Ähm... Äh... Was ist los? Irgendwas ist ja eigenartig. Kaputt? Nee, mein Greenscreen, äh, ist... Muss ich nochmal eben neu einstellen. Hä? Wieso werd ich denn jetzt rausgekriegt, wenn ich grün auswähle? Nee, wieso werd ich denn schwarz jetzt? Was ist los mit dir, UBS? Das ist doch nicht schwarz. Pix-Screen-Color. Willst du mich verarschen? Mach-Schallah. Das kriegst du wie... Oh nein, nein! Das heißt gleich Formula Letzter und nicht Lena. Weg mit dir! Wow. Ha, ha, ha. Das ist ein... Oh nein! Ha, 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 ha! So eine Scheiße! Erstmal... Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, weil wir sowieso sterben. Aber ich denke mir immer am Anfang die klassische Ausrüstung. gönnen. Wo ich immer noch nicht weiß, wie viel Holz man jetzt exakt dafür braucht. Äh, aber so Pi mal Daumen. Kriegen wir das schon hin. So. Das war... Die falsche Taste! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Scheiße! Das war richtig Brain-AfKa. Oh mein fucking Gott! Das war richtig hart belastet. Huuu! Scheiße! Und zwischendurch findet man dann immer wieder einen, der dann doch noch sich denkt, Mensch, da kann ich mal wieder draufhüpfen. Lol, die Kuh ist... Okay. Kuh ist abgange. Dankeschön, Sir. Das, ihr wusstet, kann nicht wahr sein! Hau. Hast du dieses Spiel? Yes, Buh! Ich muss mir mal kurz was erzählen. Mein Freund hat mir gerade Screenshots geschickt. Von der Facebook-Gruppe unserer Wohnanlage her. Da hat jemand ein Foto gepostet. Und eine Warnung ausgesprochen, denn in einem Müllraum war eine richtig fette Spinne. Da war auch ein Foto dabei und ich dachte so, Alter, was ist das denn für eine krasse Spinne? Holy Shit. Das hat es so, was hier in Berlin gibt. Und dann wurde die Polizei gerufen. Dann hat sich die Polizei dort angeguckt. Dann wurde die Feuerwehr gerufen. Und sich die Feuerwehr dort angeguckt. Die Feuerwehr hat dann festgestellt, dass es sich um eine Attrappe handelt. Und irgendjemand sich dachte, hey, ich mache einen geilen Scherz und packe eine Attrappe in den Müllraum. Und jetzt ist die Polizei da gewesen und die Feuerwehr für so eine Spinnen-Attrappe. Das war kein Witz. Ich habe sie erwischt. Das ist jetzt ganz unangenehm. Du kannst mich mal. In deinen Worten ist kein Funke Reue. Du lässt mir keine andere Wahl. Von nun an kannst du nicht mehr mit meiner Unterstützung rechnen. Geh weg. Du bist jetzt ein Ausgestoßener für mich. Von nun an kannst du nicht mehr mit meiner Unterstützung rechnen. Geh weg. Du bist jetzt ein Ausgestoßener für mich. Von nun an kannst du nicht mehr mit meiner Unterstützung rechnen. Hallo! Nein! Von nun an kannst du geh weg. Von nun an kannst du nicht mehr geh... Alter. Ich kann nicht weggehen! Von nun an kannst du nicht mehr mit... Ich will nicht falsch zitieren hier. Geht's um Golf. Das... Nee, geht um Sex. Dann mache ich mir gleich die Platzreife. Aber ich habe jetzt... Wenn ich schon ein Jahr verheiratet bin, dann kriege ich so'n Schein. Den muss ich theoretisch und praktisch eine Prüfung machen. Das wird toll. Es war viel zu krassen Vorsprung gerade. Gefällt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Aber Jesper gefällt mir generell nicht. Oh, Jesper wird getroffen! Oh, Brust! Oh, Junge! Tschüss, Jesper! Oh, Scheiße! Der steht da einfach auf der Strecke! Ja, ich weiß auch nicht, warum der da einfach so steht, der Jesper. Fick generell. Dass du nur Arschlöcher hast auf der Welt. Die dir niemals helfen. Ja, ja, ja. Du musst immer nur arbeiten, 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 arbeiten. Wie der letzte Dullibert. Taser'n würde ich euch am liebsten, ihr Idioten-Söhne. Allesamt. Jetzt bin ich weg. Wie hast du uns denn jetzt eliminiert? Ich wollte die Kamera auf den Flanab 4 gedrückt und das war die Granate. Als ob, Alter! Als ob! Du hast mich dadurch getötet, Mann! Okay, also ich hab einen gefunden. Das war echt schwierig. Das ist mehr ein bisschen groß. Kommt her! Bambus-Duel-Wielding! Jawoll! Feinis seid ihr! Feinis! So! Jetzt vögelt! Das ist schon... Seid ihr noch drauf? Äh, ja! Du bist noch nicht drauf. Du bist, du bist aber laut Chat, bist du nie drauf gewesen. Aber er ist noch nicht drauf gekommen. Naja, bei mir war einfach... Da steht jetzt, Braum ist beigetreten. Hast du noch mal probiert, Bram? Ich hab einfach noch mal probiert, ja. Alter, Genius. Ich weiß, ich bin mega sick. Die Idee. Alter, da muss man erst mal drauf kommen. Darf ich erstmal dafür ne Nutte gönnen, wegen so viel Smartness. Wasser. Oder zum Lappen. Hey, dann mach die gerade. Nein! Oh, Seid, pass auf, Alter! Oh, Gui! Was macht ihr denn da? Seid hätte fast den Typen in die Lava geworfen. Ui, ui, ui. Okay, ich sehe jetzt noch richtig episch, wenn es noch mal so einen Rechts-Links-Gang gibt. Lol, Alter, wie in Thunder City. Oh, 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 oh. Höh? Höh? What? Sind wir jetzt aber ganz besessen, oder? Was ist denn jetzt los? Ist das doch mal ein Chat. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Loll, der hat sich die Seele gegönnt, der Typ. Der Penner. Xadas, du Penner. I hate you. Ey, bist du nicht so... Jetzt fahren wir doch nicht alle rum. Geh doch. Ne, okay. Ach, mein Gott, ey. Will er nur... So, geht doch. Alter, wieso Piep mein Bus so beknackt? Geh mal weg da. So. Haha, da wurde Sepp ja richtig weggefickt, so wie es das gehört. Ey, Happy Farmer da vernünftig. Juju. Oh mein Gott. Schmucki, geh mal weg hier. Alter, können wir... So cocky bin ich mal. Zweites Obergeschoss, sag ich dir, Junge. Hast du keines, ditte. Also zweit... Deutsch zweites Obergeschoss, oder? Ja, du bist gerade die Treffer hochgelaufen. Also ich bin jetzt bei dir. Theoretisch. Ja. Da wird das ganz still auf einmal. Als ob du Peder direkt weggemacht hast. Ne, nix, Peder. Also so ne Meckes-Tüte. Ja, mein Essen kommt gleich erst noch. Ich hab ne Kuh. Leute, ich hab ne Kuh. Was? Ne Kuh? Ne Kuh? Ich hab ne Kuh. Oh. Ah, was ist das denn? Im Happy Meal gab's für Julius, haben wir jetzt hier, so ne geile Kuh von Schleich. Voll nice. Kennt ihr diese Figuren für den Bauernhof? Ja. Schleich, ja klar. Wir müssen da hinten hin. Wir sind eh schon zu weit. Wir sind irgendwo im Leben falsch abgebogen, glaub ich. Oh mein Gott. Das war... Das ist einer der Gründe, warum ich Nie Automata nicht spielen wollte. Es ist mir so unangenehm gewesen, dann bei jedem Leitervorgang dieser Hauptfigur, äh, unter den Rock gucken zu können. Und irgendwann, äh, muss ich's einfach, oder ich hab's einfach ausblenden können. Das ist mir bei Persona 5 tatsächlich noch gar nicht vorgekommen. Dass da irgendeine Übersexualisierung von weiblichen Figuren stattfindet. Die Golems waren ja mal übel lust. Gut, dass man dann auch wirklich, mhm, ne Entwicklung merken kann. Ja, ja, ansonsten wäre das, glaub ich, auch zu frustrierend. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Nummer mit easy to learn, hard to master. Ja, okay. Vor allem Kontinuität da reinzukriegen, ist ganz schwierig. Eigentlich hab ich ja noch jemanden schmerzt. Die Tiere in Minecraft, ne, die machen manchmal verrückte Dinge. Teuer, natürlich. So, das hier ist mein Haus. Für die Leute, die bisher noch nicht die Season, äh, die Streams verfolgt haben. Musik 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 Musik